So, als früher bremsen? Alter! Was war das denn? Ja, liebe Freunde, ich heiße dich willkommen zurück zu einem neuen Video zu Need for Speed Pro Street. Wir machen heute weiter mit unserer Karriere und wir müssen hier diesen Wagen mal umändern. Wir müssen nämlich, ja, wir wollen den zu einem Drifter umbauen und dann gucken wir uns den direkt mal an. So, was haben wir denn schon so alles für Tuning-Teile? Motor haben wir leider gar nichts. Antrieb haben wir auch nichts. Wir haben auch da nichts, das ist schon mal super. Was hat der denn gar nichts? Ist der Serie oder was? Ich meine gut, ein Driftauto muss jetzt nicht unbedingt super viel Leistung haben, weil du brauchst Punkte und ja, da wenigstens etwas. Hand Meat Water. Ja, ein bisschen Tuning-Braucher, oder? Jetzt kommt da ja gar nichts. Das kriegt er noch von mir und dann passt das erstmal. Felgen. Was kriegst du für Felgen? Boah, ne, die mag ich nicht. Finde ich nicht schön. Ne, American Felgen kriegst du von mir auch nicht. BWS gehen leider immer. NK mag ich nicht so sehr. OZ Felgen. Hm, ich und Felgenauswahl. Aber ich weiß, hier gerade die Felgen, die sind so, ja die gehen schon fast so eher in meine Richtung. Die Work Felgen, die fand ich ganz gut. Aber ich möchte natürlich nicht immer die gleichen verwenden. Hm, die nehmen. Die haben schon was, aber ich finde die irgendwie nicht passend. Ich glaube, ich packe da jetzt einfach BWS drauf. Wir packen jetzt die drauf. Noch nicht ganz riesig, 25 Prozent. So, machen wir bei der Zone 400 Prozent und da 25. So. Abtrieb braucht der ja vorne eigentlich nicht, ne. Ein bisschen niedriger. Ne, das sieht nicht aus. Schürze machen wir ein bisschen niedriger. So, passt. Später kriegen die dann von mir auch eine, eine etwas ausgefallenere. Boah. Ne, ich will kein Spoil. Nein, 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 da kommt kein Spoiler drauf. Ich bin leider nicht so der Spoiler-Freund. Lieber Rollkäfig baue ich mal standardmäßig ein. Brennsitze kriegt er von mir. Das können wir ja nie machen. Und dann machen wir noch ein bisschen Optik. Ja, welche Farbe verpasse ich dir? Roter 350Z sieht jetzt nicht so. Soll ich ein Grün machen? Boah. Boah. Voll ins Gesicht. War das ProStreet Grün? Die Farbe finde ich gar nicht mal so schlecht, aber auf ein 350Z passt das nicht. Ich finde ein Blau würde, glaube ich, am ehesten auch gut aussehen. Blau würde ich den jetzt wirklich am ehesten machen. Blau finde ich den tatsächlich ganz geil. Dann haben wir ein bisschen Farbenauswahl. So Felgenfarbe, da mache ich ja... Boah, was mache ich denn da am besten? Mache ich das wieder... Na, ich glaube ich mache diesmal beide mal schwarz. Ich möchte den jetzt auch nur grob tunen, weil wir haben noch einen ganzen Renntag vor uns und irgendwann wird das Video dann auch zu uns zu lang. Den höchsten Decals lasse ich jetzt erstmal. So. Ja, Schaltenfolien können wir noch machen. Ich glaube, das ist es schon. Na, da können wir noch nichts machen. So. Ja, damit haben wir den fertig getunt. Und dann gehen wir direkt mal zur Karriere-Karte und... Ja. Fahren wir direkt hier das Nevada-Rennen. Drei Autos am Start. Nevada finde ich cool. Ich mag das irgendwie vom Setting her. Ja. Ja, okay. Ich merke so mittlerweile am Anfang sagt er immer noch was Neues. Jetzt hat er was zu dem Drag King gesagt, glaube ich. Und ähm... Dann auf einmal setzt wieder so ein Altersbruch ein. Okay. Dann weiß ich schon für die Zukunft Bescheid. So, Zeit fahren. Honda Civic Action wieder. Wieder die eigenen Autos fahren. Boah, Alter, der Kiste geht aber auch schon gut. Na gut, wir haben ja letztes Mal schon da ein bisschen an dem Tuning rumgefummelt. Auf Anraten der Community habe ich die Boost-Zeit ja verändert. Ich denke mal, das ist so... Sehr gut. Das ist so ähnlich wie bei Anagon 2, wenn man da die ähm... Da konnte man ja auch den Einsatz des Steuergerätes und der Turbolader einstellen. Und ähm... Ja, da hat man einfach am Anfang, wo die niedrige Drehzahl, da hat man einfach da was weggenommen und hat das dann nach hinten gelegt, weil man ja die ganze Zeit den Motor hochdreht. Und hat dadurch mehr PS rausbekommen. Ich habe so das Gefühl, dass das hier dann eh nicht gemacht ist. Joa, da kann man auch vorbeifahren. Upsala. Mann ey, so viel will ich gar nicht abkürzen. Ich will hier mal ein bisschen fair fahren. Eine Runde haben wir auf jeden Fall noch. Aber ich glaube, so viel mehr Zeit bringt einem das gar nicht. Also gerade das Zeitfahren, ich glaube, das bremst einen eher. Also gut, das jetzt hier vielleicht nicht, weil man dann flotternd die Kurve kommt, aber... Gerade die längeren Kurven, ich glaube, da bringt das nicht so viel. Na, ich muss mal kurz... Ich habe da kurz meinen Handywecker vergessen. Da sollte mich nochmal an was erinnern, aber mittlerweile hat sich das schon erledigt. So. Ich bin schon gespannt, wenn dann die ersten Speedrun-Rennen kommt. Also das wird dann richtig geil. Weil die haben ProSuite richtig ausgemacht. Die waren richtig cool. Weil die waren auch echt herausfordernd. Also da könnte man gerne mal echt böse auf die Nase fallen. So. Easy gewonnen. Aber leider war es trotzdem die zweite Runde. Die dritte habe ich doch ein bisschen versemmelt. So. Sektor-Shootout. Oh, das sieht sogar ein bisschen kompliziert aus. Wir machen aber erstmal ein Drag-Rennen. Und dann hier ein bisschen Abwechslung drin haben. Aber ich glaube, ich werde sowieso alle fahren, weil das habe ich ja in Zukunft vor. So. 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 240sx die stelle ist richtig gefährlich jetzt mit den autos wo sie noch nicht so krass getunt sind ist das noch relativ im rahmen aber später wenn die autos voll getunt sind alter das wird ein richtig böser drag ich war sogar noch mal ein bisschen schneller ja da waren sie es bernhard nur gut geschaltet verdammt die rechte seite ist besser die linke da fliegt ab das war glaube ich noch mal schneller also als nächstes auf jeden fall getriebe bei dem wagen und ich bin mit jedem lauf mal schneller geworden ich glaube das hatte ich bisher noch nie so da manchmal würde ich fast sagen das nächste ist dann wohl ein drittrennen ok läuft also ich scheine wohl eindruck zu machen so das geht schon mal gut los oh ich bin zu schnell alter ich hab die giste noch abgefangen na wie viel war das gegenüber den gegnern dritte nicht mal 1000 punkte schaffen die Okay, ich muss das irgendwie nächstes Mal anders angeben. Problem ist, ich würde gerne mit der Handbremse arbeiten, aber ich habe halt die Tastenbelegung halt echt nicht gut, weil normalerweise, ich habe die halt genau andersrum, B und A sind bei mir, Nitro und Handbremse und ich bin gerade immer wieder am überlegen, wo war jetzt die Handbremse. Muss ich mal später mal umbelegen. Ja, das ist besser. Der erste Lauf war trotzdem der beste. Okay. Ja, jetzt haben wir es geschafft, 1200 Punkte zu holen, aber gut, 3000 Geld, easy game. So, Geld, natürlich will ich den Renntag fortsetzen. Okay, reparieren kann ich soweit nichts. Dann würde ich sagen, machen wir mal wieder ein bisschen Glöp-Action. Muss die sowieso alle fahren, deswegen nehmen wir dich. So, Sektor-Shootout. Tatsächlich finde ich den Kurs hier doch relativ anspruchsvoll, da muss man nicht aufpassen. Alter. Ja, die Bremsen sind doch nicht die besten. Komm, komm. Nach diesen Rennen kann man mich Mr. Abkürzen nennen oder Mr. Shortcut. Alter, wie ich den abziehe. Und jetzt wiederholt sich der Sprecher erstmal, weil er sagt, die Stoßstangen verliert häufig die Stoßstangen an diesen Kurven. Er wollte es nochmal für die anderen Zuschauer nochmal sagen in den anderen Tribünen. Alter. Macht echt Bock, die Kiste hier über den Kuss zu fegen. Richtig cool, ja. So, als früher bremsen. Alter. Was war das denn? Da haut er die Kiste einfach mal richtig hart in die Wand. Ich denke mir so, als wenn du da den Bremspunkt erwischst. Respekt. Alter. Und ich mach mein Auto auch fast kaputt. Und ich mach mein Auto auch fast kaputt. Na komm schon. Na schade. So, letzte Runde und gucken ob wir nochmal ein paar Punkte holen können. Gucken ob ich es schaffe hier ohne Schaden durchzukommen. Das wäre halt immer so nochmal so das i-Tüppelchen. Neben dem Sieg dann auch ohne Schaden durchzukommen. So, bremsen. Oh, da ist jemand ausgefallen. Wir haben nochmal Punkte gebrochen. Und mal ein bisschen abkürzen, jawoll, ey da, er macht einfach Bock die Kiste zu fahren, das war eine sehr gute Entscheidung den Honda Civic als Grip Auto zu nehmen, das war alleine meine Idee. Kleiner Scherz. So, da ist auf jeden Fall jemand ordentlich ausgefallen. Gut, müssten glaube ich noch zwei Rennen sein. So, dann würde ich sagen machen wir nochmal Drift. Und als Abschluss gibt es dann das Klassenrennen. Ja, das ist so ein Driftkurs, den ich nicht so gut finde, weil er sehr weit gezogen ist. So, ich habe es wieder rausgefunden. Ey da, okay, das war ein leichter Schaden. Die A-Taste ist die Handbremse. Ich dachte gerade so, ich glaube, weh war Nitro, da solltest du nicht drauf drücken. Ich denke mal, gewonnen haben wir das Ganze schon mal, aber wir müssen das jetzt noch schadenfrei bestehen. Das ist Ryan Cooper, der eine total demolierte Front hat, ey. Alter, was war das denn? What the fuck? Ja, das ist schwierig. Also wie gesagt, ich mag die Strecke nicht. Du hast zu wenig Anlauf. Mit schnelleren Autos ist das, glaube ich, ganz gut zu holen, aber... Aber der ist auch kaum mit YouTube, muss man sagen. Na, jetzt schon wieder was besser. So. Nö, das waren nochmal mehr Punkte, Kollege. War leider nur am Ende. Egal. So, reparieren wir die Kiste nochmal. Oh, direkt dominiert. Easy Game. Fahrwerkspaket, sehr schön. Ähm... Ich hab ja nicht genug Gutscheine, ne, aber... Wir machen Geld, komm. So. Ja, letztes Rennen. Grip. Klassenrennen. Und noch einmal mit dem Honda aus dem Weg. Ich finde den Wagen mittlerweile echt geil. Ich glaube, so schnell gebe ich den wohl nicht ab. Und dann gucken wir mal. Ich denke mal, können wir wieder was holen. Vielleicht. Vielleicht den Sieg. Na schon. Ja. Yo, yo, yo. Alter. Nein. Boah. Mein Spiegel. Spackos. Ich muss nicht ausweichen. Alter, komm doch rum. Alter, komm doch rum. Da war jetzt nicht so schön gefahren. Ja. Ja. Boah. 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 der anderen gruppe also vor der stärkeren gruppe tatsächlich sogar vorne zu bleiben haben wir das ja schon vorher schon häufig mal fast geschafft also so letzte runde da muss ich die kiste ordentlich abfangen jetzt bin ich immer halbwegs fair lang gefahren hier kürze ich immer noch ab da hinten ist das die ziellinie wir sind sogar ziemlich locker vor der anderen gruppe auch noch geblieben also sind sogar doppelt erster geworden und das ist schon eine leichte dominanz so haben wir damit auch das letzte rennen gewonnen was halt dumm ist man hat eindeutig gesehen dass das auto beschädigt war und man kann es trotzdem nicht reparieren die renntag verlassen so so hätten wir das dann auch freigeschaltet ja nächstes mal stehen dann noch die beiden also der renntag steht noch an und der da oben chicago airfield ich glaube ich glaube den würde ich sogar als erstes erstmal wieder fahren weil das ist schon eine längere zeit her dass wir auf dem chicago airfield waren willow springs würde ich dann als nächstes eingehen ja und zum abschluss kommt dann die super promotion dran aber ich würde sagen das machen wir dann alles im nächsten video von need for speed pro street ich hoffe euch hat es gefallen und nächstes mal geht es weiter hier ingame und ja ich hoffe ihr seid nächstes mal auch wieder mit dabei haut rein leute bis zum nächsten mal ciao ciao bis zum nächsten mal